Tja, Freunde, es ist Wochenende und ich habe mir gedacht, ich reakte mal auf einen besonderen Kanal. Ich habe auch gefragt, ob ich das machen darf und ja, Reactions sind richtig und wichtig, war die Antwort und vielen Dank dafür und ja, Schnorres, hey, das wurde auch von Mimern schon vorgestellt, also nach mir, nachdem ich reaktet habe. Ja, ich, 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 okay, was steht hier oben TS? Draches Helfer, ja, Draches Helfer, das sind besonders die Dinge, ich muss euch meinen Lob aussprechen, ihr recherchiert das ja wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Es sind Dinge dabei, die kenne ich nicht, die wusste ich gar nicht, wer da alles dabei war, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich so 2016, so 16, 17 so ins Drachengame dazugekommen bin und das erstmal beobachtet habe, was da los ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen mal hier rein, wenn Werbung kommt, schneide ich es natürlich raus. Ja, ich mache das nach wie vor auf meiner Xbox und ihr könnt mich auch Xbox-Hater nennen, von mir aus, aber ja, egal, witzig halt. Okay, Schnorres Haters, Draches Helfer, Folge 9, Thomas Schweighöfer. Servus und herzlich willkommen beim Drachen. Meddalloyde. Im Laufe der letzten Jahre fanden immer wieder Menschen zum Drachenlord, die teilweise nur Vorgaben oder zumindest anfangs wirklich die Intention hatten, ihn zu unterstützen, ihm zu helfen. Wer waren diese Menschen? Wie ehrlich waren sie? Hatten sie Erfolg? Welchen Einfluss hatte der Drachenlord auf sie und was machen sie heute? Wir beleuchten die Gründe, Hintergründe und Abgründe der sogenannten Helfer des Drachen. Ihr werdet schnell merken, dass nicht jeder nur gute Absichten hatte und man nicht jeden dieser Menschen als Unterstützer sehen kann. Wir bezeichnen sie hier aber alle als Helfer, da sie zumindest als solche im Drachengame in Erscheinung getreten sind. Macht es wirklich wahr. Thomas Schweighöfer. Ja, gehen wir mal rein. Bei Thomas Schweighöfer handelt es sich um einen ehemaligen Nachbarn und Freund aus der Kindheit des Drachenlord, der auch in dessen Anfangszeit immer wieder in dessen Videos und auch in denen der Hater verschiedenartige Auftritte hatte und als Sohn von Marion Schweighöfer als einer der wohl bekanntesten und unmittelbarsten Helfer Reiners gelten dürfte. Unter anderem trat er als böser Wolf in Reiners frühen Videos auf und gab auch dem Y-Kollektiv ein kurzes Interview, in dem er über die untragbare Situation vor Ort sprach. Seine Beziehung zu Rainer und der Familie Winkler im Allgemeinen schien schon immer zwiegespalten und geprägt von Auseinandersetzungen im Internet und auch im realen Leben. Immer wieder mischte sich Thomas Schweighöfer auch in Streitigkeiten rund um das ehemalige Haus Rainers ein und behauptete später auch Eigentümer des Grundstücks zu sein, auf dem sich die nahegelegene Burgruine, auch Eppeler genannt, befindet und kündigte an... Moment, ähm, lass mal kurz zurückgehen zu dem Text hier. Review, in dem er über die untragbare Situation vor Ort sprach. Rita Winkler, warte, wirklich, tatsächlich mal, äh, so, Rita Winkler, ja, äh, was ist das, ist das jetzt, ähm, Facebook oder was ist das, äh, 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 keine Ahnung. Du glaubst doch nicht, was, äh, dass wir unseren Hund aus der Hand geben, sag mal, was hältst du da, hältst du von uns, wie kommst du nur auf diesen Schwachsinn und was soll das heißen, es bleibt wieder am Alex hängen. Aha, sei vorsichtig mit deinen Behauptungen davon wahr und wird nie die Rede sein, nur damit, dass klar ist, Rita Winkler, also wenn meine Mutter so jemand bedrohen würde, würde ich erstmal nachfragen, äh, 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 was ist denn los? Aber das ist halt, das ist die, das ist die Winkler-Familie, ja, das ist etwas anderes. Thomas Schweighöfer, äh, da du jetzt so auf mich abgehst, nur weil ich meine Meinungs gesagt habe, kann ich auch anders anfangen. Was ist, was ist mit deinem Pferd, wer kümmert sich drum, darum? Ja, außer meine Mutter, aha, da waren sie sich wohl auch schon. Nicht einig unbedingt, ja, das Pferd, Pferd Blue, ja, ihr wisst Bescheid, ihr kennt's, ja, es hieß ja, äh, die Nachbarn hätten sich gekümmert, äh, Rainer hat das immer verschwiegen, das ist nicht sein, das ist das Pferd seiner Mutter, aber ehrlich gesagt, es ist egal, ob das das Pferd der Mutter ist, wenn du dann alleine bist, halt so in seiner Situation, in dem Haus, egal wie die Leute gegangen sind, wie du deine Familie rausgeekelt hast, ähm, das ist egal, um das Pferd hat man sich zu kümmern. Rainer, da gibt es keine Ausrede. Kruzerfix nochmal, das kürt mich auch, das regt mich schon wieder auf, okay, ich schau mal weiter, okay. Seine Beziehung zu Rainer und der Familie Winkler im Allgemeinen schien schon immer zwiegespalten und geprägt von Auseinandersetzungen im Internet und auch im realen Leben. Immer wieder mischte sich Thomas Schweighöfer auch in Streitigkeiten rund um das ehemalige Haus Rainers ein und behauptete später auch Eigentümer des Grundstücks zu sein, auf dem sich die nahegelegene Burgruine, auch Eppaller genannt, befindet und kündigte an, dort Fallen gegen die Besucher aufzustellen. Ich bin bei Thomas Schweighöfer zu Hause. Wir wollen keinen Scheiß machen, sagen alle, alle, ausnahmslos. Man geht einfach in einer Wut da raus, will es beenden, kann aber nichts erreichen. Ich mach mich so wie geil! Oh, ich kenne diese Szenen, die kenne ich nicht. Ich bin erstaunt, da rennt er hinterher, mir fehlen die Worte, was ist das für ein Typ, wie kann man, packne, packne, schnapp ein Tür, ja Rainer, das hätte er gerne auch jetzt, aber jetzt ist er ja frei wild. Aufgrund seiner oftmals aggressiven Reaktionen auf Besucher wurde auch Thomas Schweighöfer zur Zielscheibe des Hasses, bekam zahlreiche Nachrichten und Anrufe und private Daten von ihm landeten schließlich im Netz. Schweighöfer, der aufgrund seiner Geschäftsideen fortan als der Anzünder in der Szene bekannt sein würde, zeigte unter anderem auf Facebook eine in seinem Besitz befindliche Armbrust und betitelte dies mit den Worten, er sei für den Fall der Fälle gewappnet. In später veröffentlichten Aufnahmen wird aber auch deutlich, dass Thomas Rainer nicht immer nur freundlich gegenüberstand und ihn zumindest teilweise auch als Grund für die zahlreichen Besucher ansah. Als am 2.1.2022 in der Presse bekannt wurde, dass ein führerscheinloser Mann aus Emskirchen sich eine Verfolgung mit der Polizei geliefert hatte, wurde vielerseits vermutet, es habe sich um Rainer gehandelt, dieser jedoch bestätigte Schweighöfer als den Täter. Alter, du schallst bis dahinten, Mann, du weckst das ganze Dorf. Hey! Du bist der Dumme, nicht? Du hältst mich von den Lachfiguren, weil ich mich verteidige, wenn ich vor meiner Haustür irgendwie so ein Assi stehen habe. Ja, also, hol ab, verschwindet. Verpisst du uns? Red leiser, Rache. Das Dorf hasst dich doch. Mensch. Das interessiert nicht, ob mich jemand was macht. Das war nicht wir, gell? Das wart ihr, Alter, oder? Nein, nein. Wo kommt das sonst hier, witzig? Wir haben ja keine Flaschen dabei. Wir haben hier einen Dachschaden, Alter. Das waren wir nicht. Woher kommt das sonst? Und warum finden wir das, wenn ihr das nicht warnt? Ja, da vorher waren wir 20 Leute. Digga, halt die Fresse! Da waren 20 Leute da. Ich bin gerade erst gekommen. Wir waren nie da vorne. Das waren wir nicht. Wir haben keine Glastaschen dabei. Wo war das hier, Alter? Nein, das waren wir nicht. Wer soll das sonst gewesen sein? Wir waren fünf Meter Kunde, Alter. Wir sind doch gerade erst gekommen. Halt die Fresse! Ihr sitzt seit zehn Minuten da. Ja, aber das war davor schon da. Wo war die Kamera dabei? Ich habe vorhin rausgeschaut, dass die weg sind. Das war nicht. Mal analysieren. Dieses ganze Verhalten von Rainer jetzt. In diesem Moment. Das ist wieder, das ist das typische Aufmerksamkeitsverhalten. Ich glaube kaum, dass ihm das kümmert, dass der Reifen von seinem Kollege dort geplatzt ist. Ich glaube nicht. Das spielt ihm auch wieder in die Karten. Und er kann wieder rumschreien und laut werden, wie er das will und wie er das möchte. Damit die Aufmerksamkeit auch so groß wie möglich wird. Und dass da jemand filmt, das kommt ihm auch gelegen. Auch wenn er sich darüber aufregt. Also so funktioniert ein Rainer. So funktioniert der Typ einfach. Das ist so ein Riesenbaby. Ein Riesenbaby, was wirklich irgendwie Aufmerksamkeit sucht. Keine Ahnung. Also aber doch, ich habe Ahnung. Ich weiß nur manchmal nicht, was ich sagen soll. Weil mir fällt zu dem Typ manchmal nichts mehr ein. Ich bin noch vor allem noch Bikes waren. Da waren wir 10, 20 Laufen. Ey, ganz ehrlich, das waren wir wirklich nicht. Kein Schock jetzt. Auf was für den Level bist denn du? Ey, du musst deinen Gebrauch reinwischen, bitte. Du bist das für Evo und das für Evo. Und die Energie dafür sparen. Auch im Eberlapal zum Haul ist immer ein Wigster, Alter. Hey, ihr beleidet dir doch nicht deine Nachbarn. Das geht ja echt zu weit. Was ist Evo, ständig, da geht. Und hat alle eine Kräufe. Und mich, hier, die ganze Kassen leben können. Bist hergegangen. Und hast mich, wenn ich machte, Alter. Nur um mit einem Kumpel in den Kudor zu stehen. Du erfährlicher Wichser, Alter. All die Flasche. Du bist nicht mehr auszuladen unter meinen Fingern, Alter. Du bist nicht mehr auszuladen unter meinen Fingern. Roll da unten auf. Aktuell ist es aufgrund der beruhigten Lage am Altschauerberg still um Thomas Schweighöfer geworden. Es wurde zwar immer wieder vermutet, Rainer halte sich von Zeit zu Zeit in dessen Elternhaus auf. Jedoch blieben Angriffe auf dieses bislang aus. Seine Garten- und Landschaftspflegefirma operiert auch bis heute noch. Allerdings ist uns nicht bekannt, ob die beworbenen Kaminanzünder aktuell noch vertrieben werden. Die Geschichte von Thomas Schweighöfer zeigt, dass in Schutznahme des Drachenlord und direkter Kontakt mit ihm stets zu Problemen führten. Selbiger aber ausblieben, als der Kontakt zu Rainer verringert wurde. Die Scheiben sollen da vibriert haben bei dieser Explosion. Was es war, wahrscheinlich eine selbstgebaute Bombe oder ich habe keine Ahnung, was die für Sprengkraft haben. Wir haben keine Lust mehr auf dieses Zeug, was da kommt. Alle sind am Ende. Und damit war es das auch für mein React-Video zum Wochenende. Oh ja, Leute, ja, Thomas Schweighöfer, das ist auch so ein zwielichtiger Kunde gewesen. Wie kann man denn nur in Schutz nehmen? Ich verstehe es bis heute nicht. Wie man den Drachenlord in Schutz nehmen kann, wie man ihm Geld spenden kann, wie man so einen wirklich, keine Ahnung, für einen Menschen, für den mir keine Bezeichnung einfällt, überhaupt in irgendeiner Weise unterstützen kann, der sich als Mobbingopfer bezeichnet. Und selbst, ja, ich meine, ihr kennt die Aussagen. Es gibt ja nur, wenn ich Mobbingopfer bin, dann schreie ich nicht noch, ja, okay, es war jetzt ruhig, fang mal wieder an, mich zu mobben oder so. Also, das ist so, so funktioniert Rainer und er glaubt, er ist ein Mobbingopfer und sonst was. Ja, sechs Jahre Kampfsport und sonst was. Okay, ich beende auch jetzt das, ansonsten rede ich mich hier wieder dumm und dämlich. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen, vor allem Schnorres, Haters, vielen Dank dafür, dass ich das durfte und bis zum nächsten, wenn wieder was dabei ist, was, wo ich wirklich nicht Bescheid weiß. Ich wusste jetzt wirklich nicht Bescheid, ich wusste echt nicht, bei manchen Dingen, bei manchen Draches Helfer, da weiß ich nicht. Da bin ich dann später eingestiegen und da, das ist mein Teil zum Drachengame, okay. Dann verabschiede ich mich mal, ich bin weg, tschüss. Verdammt, Klaus, ja, ja! Verdammt, Klaus, ja, ja!